So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von Franz Zockt, das bin ich, ihr kennt den Mist. Gut, also hier möchte ich euch eben erzählen, was euch in Zukunft erwartet, beziehungsweise wie ihr sicherlich wisst, geht es ja bald mit dem neuen Kanal weiter, youtube.com slash derfranzzockt und das Ganze geht dann ab dem Let's Play von WWE 2K14, äh, ja, los, wahrscheinlich dann Ende Oktober und spätestens am 1. November. Ich möchte, bevor ich dort starte, euch erstmal erzählen, was sich ändern wird und was ich vorhabe und bevor ich das aber mache, möchte ich euch einfach mal fragen, was würdet ihr, wenn ihr könntet, an meinen Videos verbessern und wo ihr denkt, das würde auch die breite Masse ansprechen, beziehungsweise, oder was würde die breite Masse gut heißen, oder so, falls ihr wisst. Also, falls ihr irgendwas nicht mögt an meinen Videos oder falls ihr irgendwas noch besser machen würdet als ich, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, ich nehme mir das alles zu Herzen, da ihr ja schließlich, äh, mein Kapital seid, sagt man das so. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich ja irgendwann vor, mit dem neuen YouTube-Kanal mal Geld zu verdienen, darauf will ich aber warten, bis ich 18 bin, habe ich ja schon mal erwähnt. Das dauert noch ein Jährchen, aber auf jeden Fall will ich da alles richtig machen und, ähm, dann auch sicher gehen. Auf jeden Fall ab dem 11.10., 11.10. habe ich dann Herbstferien für eine Woche. Und, wie bei, äh, im Gegensatz zu anderen, die die Ferien eher nehmen, um sich von der Schule zu erholen, um zu chillen oder was auch immer, habe ich in den Ferien einfach erstmal richtig Zeit, mich um meine Videos und meinen Kanal zu kümmern und wofür die Schule mich einfach immer runterzieht, weil nach der Schule habe ich immer auf gar nichts Bock, vielleicht kennt ihr das ja, und da komme ich gerade so immer zum Aufnehmen. Ähm, ja. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen für die Ferienwoche, dass ich folgende Dinge erledige. Zum einen will ich, äh, zwei Werbespots für xgshop.de machen. Dort habe ich ja in der Zukunft, äh, Quatsch, in der Zukunft, in der Vergangenheit schon bereits drei Werbespots für drei Spiele gemacht. Habe mich dort mit dem Gushen, äh, mit dem guten Sascha geeinigt, dass ich da nochmal zwei Spots mache und mich dann auf den neuen Channel konzentriere und dort wird es folgendermaßen ablaufen. Für WWE 2K14 werde ich erstmal eine neue Bauchbinde machen für meine Videos, die kennt ihr ja, wo dann steht Hey Du, wie wär's mit nochmal Wrestling Action oder was auch immer. Die werde ich ein bisschen anpassen und alles so im Design von WWE 2K14. Dazu werde ich ein nettes Outro basteln, äh, was ich dann, äh, zumindestens bei den ersten Parts vom WWE 2K14 Let's Play ranhängen werde. Und dazu ein passendes Kanaldesign. Auch habe ich jetzt, ähm, geplant, dass ich zum ersten Mal Geld investieren werde in den neuen Channel, in dem ich Werbung schalten werde. Entweder auf Facebook oder auf YouTube. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Eigentlich bin ich eher auf Facebook so, weil bei Facebook hast du denn, ähm, Leute, wo die halt deine Post verfolgen und nicht nur deinen YouTube-Kanal abonniert haben, wo das Abonnentenmodul von YouTube eh immer rumspackt. Deswegen bin ich da eher mehr so auf der Facebook-Seite, will ein bisschen Werbung, Quatsch, ein bisschen Geld in Werbung investieren, aber das erstmal bloß einmalig und auch nicht viel, vielleicht 50 Euro oder so, damit ich erstmal eine Masse anspreche. Und das werde ich auch nicht öfters machen, sondern erstmal bloß zum Anfang des WWE 2K14 Let's Plays, damit erstmal möglichst viele Leute auf meinen Channel aufmerksam werden und die Leute, die den ersten Part gut finden oder so, vielleicht meinen Kanal abonnieren und weiter Zuschauer bleiben. Das ist erstmal der Plan. Erfahrungsgemäß kann ich ja sagen, dass zu WWE 13 letztes Jahr auch erstmal ein großer Ausschwung dazu kam und ich hoffe, dass das gleiche auch bei WWE 2K14 passieren wird und gleichzeitig hoffe ich auch, dass ich das Spiel einigermaßen früh bekomme und ich dadurch auch mehr Zuschauer generiere. Ja, ähm, ja, über die Werbung habe ich gesprochen. Die werde ich schalten, äh, Quatsch, also die werde ich für mich schalten. Auf meinen Videos wird erstmal noch keine Werbung kommen, wie gesagt. Erstmal alles noch so wie immer. Dazu wird es sehr wahrscheinlich, oder ist eigentlich schon ganz sicher, ein Gewinnspiel geben, wo ihr WWE 2K14 gewinnen könnt, auch in Kooperation mit xgshop.de. Die Infos dazu kommen dann aber auf den neuen Kanal und soll auch der Zuschauergewinnung dienen. Aber dazu dann irgendwann in den nächsten Wochen mehr. Ja, ähm, dann habe ich mir auch noch vorgenommen für die Woche, ähm, also das, was ich alles gesagt habe, habe ich mir vorgenommen für die Ferienwoche jetzt, das alles zu regeln, mit dem Gewinnspiel, mit der Werbung fertig zu machen, mit den Grafiken und was nicht alles und mit den Bauchbinden, bla bla bla. So, dann werde ich noch She-Ra anschreiben. Ihr wisst schon, die Band, von der ich, von der ich die Musik immer in meinen Let's Plays verwende, ob die generell damit einverstanden sind, dass ich die Musik, äh, kommerziell auch nutzen könnte. Auch für die Zukunft, wie gesagt, irgendwann auch mal Geld verdienen mit den Videos, da ich weiß, das aktuelle Album ist, ähm, auch nutzbar für kommerzielle Zwecke, aber bei den alten Alben, äh, beim Album Belief und so, ähm, oder beim Song Belief, Moment, kriege ich immer Urheberrechtstreffer, beziehungsweise übereinstimmende Inhalte Dritter. Hat zwar keine Auswirkung auf meine Videos, aber die nerven trotzdem. Und da will ich einfach sicher gehen, dass ich diese auch in Zukunft verwenden darf, auch für kommerzielle Zwecke. Gut, das ist jetzt erstmal alles, was ich so sagen wollte, ähm, falls ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr einfach meine Seite, meine Seite auf Facebook liken, mich auf Twitter followen oder bei Google Plus einkreisen. Wenn ihr Fragen habt, bei AskFM stellen, link unten in der Beschreibung. Und falls ihr noch nicht meinen neuen Kanal abonniert, habt, dann tut das doch bitte, und zwar auf youtube.com slash derfranzsockt. Dann ab Ende Oktober, wie gesagt, mit WWE2k14 auf diesem Channel wird es dann vielleicht ab und zu auch mal Videos geben, wo ich mir nicht sicher bin mit dem Copyright oder was auch immer. Gut, das war's, bis dahin. Nicht vergessen, in diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und bleibst du so seid. Euer Franz, euer Franz Zock. Bis zum nächsten Mal, hau da rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal, hau da rein und tschüss.